Alles klar, Bros. Ich bin Jack Daniel. Daniel? 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 Freut mich, dass ihr eingeschaut habt. Heute gibt's ein Spiel für die Perverslinge unter euch, kann man sagen. Das Spiel ist Intensive Exposure, wo man seinen Penis Menschen zeigen muss und auch von der Polizei flüchten muss. Also wenn ihr ein bisschen so exhibitionistisch veranlagt seid, dann ist das genau euer Spiel. Wenn ihr gerne in Möglichkeit den Menschen zeigt, dann solltet ihr das Spiel. Daher ist es genau das Spiel für mich, das ist perfekt. Ich mach das nämlich auch sehr gerne, nur wurde ich bis jetzt nie verhaftet, weil man nicht so viel gesehen hat bis jetzt. Aber okay, wir schauen uns mal das Game an. So, dann wären wir auch schon im Spiel und wir drücken jetzt einfach mal auf Play und schauen uns das Ganze mal an. Grafisch ist das sogar auch echt witzig, obwohl das alles nur so Klötzchen sind. Das sieht wie Lego aus. Es gibt drei verschiedene Level, Office, Shop und Museum. Natürlich muss man am Anfang im Office spielen und ich bin mal sehr gespannt, wie gut ich jetzt sein werde. Okay, da gab es sogar ein kleines Level. Okay, hold space to impress everyone around you. Ah, und dann zeige ich meinen Pimmel. Wow, super, wie das hier nur der wackelt. Holy shit. Okay, hallo, guck mal, ich habe keinen Schwanz. Guck mal, hallo, guck mal hin. Oh ja, die ist geil, die würde mich direkt besteigen. Okay, ich glaube die Polizei verfolgt mich. Oh, die ist auch geil, komm her. Was ist das? Oh, da kann ich sogar Sachen umschmeißen. Hier, guck mal meinen Pimmel. Alter, der ist ja mal easy. Der sieht aus wie ein drittes Bein. Holy shit. Der sieht wie ein drittes Bein aus. Fuck, der hat... Hallo, hier. Oh, scheiße, das ist... Ah, nee. Das ist die Security. Sorry, Herr Wachtmeister. Ich wollte nicht meinen Schwanz in den Herd zeigen. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich meine, du bist eh ein Schwarzer. Deiner ist wahrscheinlich eh viel größer als meiner. Aber das ist ja kein Problem. Obwohl, der ist schon richtig groß. Oh, nee, nee, nee. Polizei, Polizei, lass mich doch. Au, ey, ich werde elektroschockiert auch noch. Ich werde... Ah, hier. Pimmel. Pimmel-Alarm. Puller-Alarm. Oh, scheiße. Oh. Yes, ich habe ihn umgehauen. Nein, ich habe ihn doch nicht umgehauen. Okay. Ich schaff das. Mein Ziel ist es, so vielen Frauen wie möglich meinen Pimmel zu zeigen. Guck mal. Oh ja, das gibt mir so richtig einen Kick. Ah, scheiße, ich wurde schon verhaftet. Jetzt wurde ich sehr schnell verhaftet, das war scheiße. Aber zehn Mädels habe ich meinen Pimmel gezeigt. Wow, ist doch super. Geil. So, Leute, hat man das früher gemacht, als es noch kein Internet oder so gab. Heute zeigt man ja alles per WhatsApp. Heute zeigt man seinen Penis und seine Vagina. I have a penis for your vagina hole. Dann zeigt man ja heute hier per WhatsApp und so. Früher musste man das halt eben so machen. Früher lief man einfach in die Geschäfte halt eben rum. Und ja, so hat man das halt eben dann gemacht. Nicht immer sind irgendwelche Frauen drauf eingegangen. Ja, wie man hier sieht. Aber die meisten schon. Einige gucken ja schon... Was? Einige gucken ja schon beeindruckt, muss man sagen. Einigen gefällt das hier, was sie sehen. Ne, obwohl ich bin halt so ein glatzköpfiger... Ja, scheiße. Ich bin zwar ein glatzköpfiger Mann, aber... Ich bin ein glatzköpfiger Mann, der was kann. Was? Die Frau hat mich... Warum hat mich die Frau jetzt erledigt? What the fuck? Okay, die wollte wahrscheinlich nur meinen Pimmel mal angreifen. Mal so kurz, ne? Ja. Ich könnte ja auch mal hingehen und so Hallo sagen und Hose runter. Das geht ja auch. Yeah! Oh, ja. Oh, oh, scheiße. Okay, die Machmänner haben ein bisschen was dagegen. Ja, guck mal. Yes, die feiert das. Sie feiert das. Die Blondine feiert das. Die findet das geil. Dann würde ich mich direkt besteigen, wenn sie könnte. Aber das geht hier nicht, wie es aussieht. Oh, scheiße. Dann habe ich nicht... Oh, oh, oh. Okay. Oh, ich mache mir selber fallen. Ah, jetzt hört doch auf. Hört doch auf. Ein bisschen Liebe schadet keinem. Er braucht doch nur ein bisschen Frischluft. Er braucht doch nur ein bisschen Frischluft. Hier, meine Dame. Wollen Sie meinen Schwanz kaufen? Fünf Euro die Stunde. Ey, das ist billig. Okay, die wollen das nicht mehr für fünf Euro die Stunde. Hier, bitteschön. Guck mal. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Oh, ja. Alter, das Game ist schon irgendwie krank. Aber mir gefällt es irgendwie so. Oh, yeah. Wie die ganze Zeit macht. Richtig nice. Gibt es echt Menschen, die auf sowas stehen? Gibt es das? Hier. Hallo. Mein Schampanisch. Ja, der gefällt denen. Oh, scheiße. Okay, die stand wahrscheinlich wohl auf schwarze Dinger. Die stand wohl eher auf schwarze Dinger. Ah, guck mal. Hier. Bitteschön. Ist ja nicht schön? Okay, die läuft weg. Irgendwie gefällt das denen nicht. Wundert mich. Oh, jetzt wacht man. Oh, 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 oh. Warum gefällt denen meinen Schwanz nicht? Was? Jetzt sind die weggelaufen. Warum sind die jetzt... Oh, 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 oh. Oh, okay. Okay. Und kann ich hier... Ja, da kann man auch noch hin. Cool, da kann man ja auch noch hin. Bitteschön. Oh, scheiße. Da kommen wir wieder raus. Okay, okay. Die Level sind echt cool. Bitteschön. Hier, ein bisschen Penis. Okay, tut mir leid. Ich weiß, es stinkt ein bisschen. Hey, guck mal. Cool. Hier kann ich denen verarschen. Nein. Sogar nicht sie verarschen. Alles klar. Hier, bitteschön. Oh, die hat ja ordentliche Euter. Die hat ja ordentliche Euter hier, aber mit Pixel. Oh. Okay. Die hat mich jetzt gehauen. Warum hauten die mich? Die anderen laufen weg. Die schlägt mich. Was ist mit der los? Okay. So. Mal schauen, wie viel wir hier hochkommen. Moment mal. So, bitteschön. Yes. Machen wir meinen Score ein bisschen höher. Ja, mittlerweile check ich das Game. Mittlerweile bin ich im Profi im Penis herzeigen. Das ist super. Ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Hier, bitteschön, Mädels. Yes. Oh, die eine hat sogar... Oh, 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 oh. Der eine hat's gefallen. Der eine hat's gefallen. Das habe ich ganz genau gesehen. Die hat wahrscheinlich nicht so viel Action in ihrem Leben. Deswegen freut sie sich, wenn sie ein bisschen was sieht. Darf mal zu. Bitteschön. Hier. Willst du anfassen? Der ist ganz flauschig. Willst du nicht anfassen? Okay. Dann greif halt nicht mein Penis an. Ist okay. Dann mach's halt nicht. Wär aber cool. So, hier noch ein bisschen. Bitteschön, Mädels. Ist ja nicht schön. Oh. Ah, jetzt wurde ich schon wieder gebastelt. Okay, warte. Lass mich mal kurz gucken, wie viele Punkte muss ich denn machen, damit ich ins nächste Level komme? Was muss ich denn da tun? Ah, kann man jetzt schon. Okay. Ich kann jetzt schon zum nächsten Level. Okay, gehen wir mal in den Shop. Warte, man kann ja auch den Charakter wechseln. Okay, warte. Lass uns mal in den Shop gehen. Komm. Lass uns mal in den Shop. Mal schauen, was man im Shop dann so machen kann. Auch hier will ich natürlich jedem meinen Penis zeigen. Mal gucken. Wollen wir mal erstmal ein bisschen hier das Level ein bisschen abchecken, wo die meisten Frauen so rumstehen, ne? Wo? Oh, scheiße. Das Schild ist ein bisschen im Weg. Das brauchen wir nicht. Okay, schauen wir mal. Hm. Wo gibt's denn viele Frauen? Oh, hier ist die Technikabteilung. Da sind wahrscheinlich nicht so viele Frauen. Äh, hier auch nicht, auch nicht. Da sind ein paar. Alter. Sieht das nur so aus? Doch, das sieht nicht so aus. Die haben ja mal diesen Dinger. Okay. Den werde ich gleich mal einen schönen Pimmel zeigen. Hier im Gefrierfach. Ne, dann ist er so klein. Okay, hier. Ja, tut mir leid. Es ist gerade ein bisschen kalt hier, aber sonst ist er größer. Eigentlich ist er größer. So, Kausha. Du kannst ihn auch natürlich sehen. Du auch. Du bist eine einsame alte Frau, die lange keinen Penis mehr gesehen hat. Deswegen. Ich tue hier nur was Gutes. Ich tue hier nur was Gutes. Officers, ich tue hier nur was Gutes für die Menschheit. Denn diese Frauen würden sonst Männer vergewaltigen. So. Bitteschön. Hier. Wunderbar. Die feiert das sogar. Die feiert das. Die folgen mir jetzt. Jawoll. Oh, oh. Okay. Die sind also Fans von mir, wie es aussieht. Die wollen mich besteigen. Fuck. Okay. Denen gefällt also, was sie sehen. Denen gefällt, was sie sehen. Die wissen was Gutes. Bitteschön. Yes. Die Musik ist auch geil. Voll geil. So. Bitteschön, die Damen. Hier. Da seht ihr auch mal was Schönes. Wunderbar. Oh shit. Oh shit. Hier noch ein bisschen. Ja. Jawoll. Hier noch. So. Aber ich komme nicht so viel dazu irgendwie. So. Bitteschön. Das sind jetzt keine... Oh. Oh. Da kommen sie gleich alle an. So. Oh. Hier noch ein bisschen Penis. Wollte ein bisschen Penis. Alter, die verfolgt mich. Die will mich besteigen. Hört auf. Hört auf. Ich bin nicht billig. So. Bitteschön. Hier auch ein bisschen. Ja. Nein. Ich wurde Bastard. Scheiße. Aber 50.000 Punkte. Das sollte man mal hinbekommen. Ah. 50.000 Punkte sollte man mal hinbekommen. Das ist echt nicht einfach. Bitteschön. Darf ich heute mit meinem Penis zahlen? Ich hab mein Geld vergessen. Bitteschön. Geht das auch als Zahlungsmittel? Nein? Okay. Tut mir leid. Ich hab gedacht, vielleicht kann ich auch mit meinem Penis bezahlen. Ich hab mein Geld und mich dahin vergessen. Aber okay. Dann halt nicht. Da wo ich herkomme, kann man auch als Wertung mit Penis bezahlen. Na. Hier anscheinend nicht. Yeah. Oh ja. Bitteschön. Hm. Bei denen kann man richtig viele Punkte machen. Nur die verfolgen einen dann. Die wollen dann einen besteigen. Die anderen laufen weg. Oh. Aber die bleiben. Die, die finden das geil. Die sind wahrscheinlich die, die lang keinen Penis mehr gesehen haben. Ne? Das ist halt so. So. Oh scheiße. Jetzt wurde ich wieder, jetzt wurde ich wieder Elektro. Nein. Jetzt wurde ich wieder erledigt. Mann. Scheiße. Komm. Eine Runde machen wir noch. Eine Runde machen wir noch. So. Ich muss, ich muss Kaffee kaufen. Hallo. Möchte Kaffee ausgaben? Ich bin ein alter verwirrter Mann. So. Ist hier vielleicht irgendwo Kaffee? Könnt ihr mir helfen, ihr zwei? Könnt ihr mir helfen, ihr zwei Damen? Ich bräuchte Kaffee. Oder hättet ihr Bock, mir mehr nach Hause zu kommen? Hier. Schaut mal, was ich in der Hose habe. Bitteschön. Schaut mal. Hm. Oh scheiße. Da kommt schon der Wachmann wieder. Da kommt der Wachmann schon wieder. Nein. Bitteschön. Die kommt bestimmt mit nach Hause. Da bin ich mir sicher. Wenn die nicht mitkommt, weiß ich auch nicht. So. Wunderbar. Hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Nein. Oh, da kann man auch noch mal hin. Oh cool. Da kann man auch sogar raus hier. Geil. Ja, man muss halt eben solche Routen finden, wie man die halt irgendwie abschütteln kann. So. Hier noch ein bisschen Penis. Bitteschön. Oh scheiße. Jetzt verfolgen mich echt. Ah fuck. Jetzt verfolgen mich echt. Oh, da kommt auch noch ein Wachmann. Scheiße. Viele Wachmänner. Aber jetzt kann ich mir noch ein bisschen Penis zeigen. Bitteschön. Hm. Oh ja. Oh nein. Nicht angreifen. Ach komm schon. So notgeil sind die. Also ab und so gibt es echt ein paar notgeile Weiber. Das ist echt schlimm. Die würde mich am liebsten direkt im Shop besteigen. 100.000 in a shop to unlock. Okay. Wir müssen also 100.000 freischalten. Scheiße. 100.000 Punkte brauchen wir. Und dann können wir ins Museum. Komm. Das machen wir. Das schaffen wir doch. 100.000 Punkte. Das ist doch locker drin. Bitteschön Damen. Aber nicht angreifen. Okay. Ich weiß. Das sieht zwar sehr flauschig aus und lecker. Aber ihr dürft ihn nicht angreifen. Lasst meinen Penis in Ruhe. Lasst meinen Penis in Ruhe. Ihr dürft ihn nur begutachten. Denn ich habe ihn versichert. Falls er brechen sollte oder jemand angreift, der ihn nicht darf, der muss dann ordentlich zahlen. Alter. Wieso schlagen die mich? Finden die das jetzt geil oder schlagen die mich? Ich weiß es auch nicht. Oh. Das ist jetzt eben die Frage. Finden die meinen Penis einfach nur wunderschön und geil oder? Oh Mann. Kommt her. So. Hier bin ich wieder. Ich versuche heute wieder mein Glück. Ich habe mein Geld wieder vergessen. Aber ich habe kein Geld für dich. Ich habe eine Penis-Feuer-Vagina. Bitteschön. Yay. Oh scheiße. Okay. Du? Penis-Feuer-Vagina? Nein? Okay. Auch nicht. Okay. Dann halt nicht. Keiner will das irgendwie. Hoppa. Es gibt auch andere Skins. Dann ist man nicht so ein alter perverser Mann. Sondern es wird ein bisschen besser aus. Vielleicht besteigen die mich ja dann. So. Hier guckt ein bisschen. Ein bisschen viel Punkte sammeln. Jawoll. Das ging jetzt ordentlich hoch. Sehr nice. So. Wunderbar. Oh scheiße. Da kommt doch schon wieder Wachmann. So. Wunderbar. Man muss nämlich auch gucken, dass man nicht erwischt wird die ganze Zeit. So. Hier aber jetzt. Yes. Oh. Komm. 77.000 haben wir geschafft. Bis jetzt. 77.000. Das heißt wir schaffen das jetzt auch. Erstmal muss ich so ein bisschen diese Wachen da loswerden. Wachen muss man erstmal loswerden. Weil da sind viele Wachen. Oh oh. Jawoll. Jetzt. Zeigen. Nein. Ich hätte drauf bleiben sollen. Scheiße. Verpiss dich Wachmann. Verpiss dich Wachmann. Schauen wir mal ob wir hier außen vielleicht noch ein bisschen was finden. Ist hier draußen vielleicht noch eine Dame die meinen schönen Penis begutachten möchte. Ja hier. Super. Oh scheiße. Das war jetzt nicht so toll. Das war jetzt nicht so toll. Das war nicht so toll. Nein. Jetzt haben sie mich. Fuck. 88.000 Punkte. Shit. Okay. Wir machen das gleich noch ein bisschen besser. Okay. Ich muss gucken dass man so viele Frauen wie möglich auf einmal irgendwie auf einem Fleck irgendwie findet. Und die dann ja das schön begutachten. Ne. Guck mal. Hier so. Wunderbar. Schaut mal wie schön. Oh ja. Schaut mal was für einen schönen Penis ich hab. Hier auch nochmal. Jawoll. Okay. Schön. Ah jetzt wurde ich schon ein bisschen. Jetzt wurde ich schon ein bisschen elektroschockiert. Das ist nicht gut. So. Okay. Wir müssen ein bisschen Parcours laufen. Ein bisschen Parcours laufen. Jetzt aber. Schaut mal wie schön er ist. Oh. Oh. Die Musik ist geil. Ich muss damit schicken. Yes. Das ist cool. Das ist cool. Komm Herr Wachmeister. Ich lauf mit irgendwelchen Kreis. Kein Problem. Kein Problem ist der Security Man. So. Jetzt hier Penis. In der Obstabteilung. Wollt ihr ein bisschen Pettisch in der Obstabteilung? Kein Problem. Er ist ganz frisch. Fresh geduscht. Nein. Scheiße. Wieder 88.000. Ja komm. Hört doch auf. Ja. Ist doch gut. Ich bin schon tot. Ich bin schon tot. Ihr müsst nicht noch weiter mich elektrisieren. Ist schon gut. Ist schon vorbei. Okay. Die nehmen es hier sehr ernst in Amerika. Wenn man Penis herzeigt. So. Bitte schön. Oh. Da kommt doch schon der erste Wachmann wieder. Verpisst dich. Nein. Scheiße. Das ist mir scheiße gebaut. Bitte schön Mädels. Na. Wollt ihr ihn angreifen? Kostet nur 5 Euro. Oh. Scheiße. Okay. Sie sind wahrscheinlich nicht mit dem Preis zufrieden. Diese Mädchen sind mit dem Preis nicht zufrieden. Diese Frauen besser gesagt. Okay. Hier ein bisschen. Komm. Komm. Wir dürfen angreifen. Komm. Okay. Dann halt auch nicht. Dann halt nicht. Komm. Aber jetzt. Bitte schön. Oh. Oh. Scheiße. Oh. Scheiße. Jetzt sind viele Wachmänner hier. Viel zu viele Wachmänner. Scheiße. Wenn die jetzt alle daherkommen, dann bin ich am Arsch. Oh. Fuck. So. Ich muss aufpassen. Man sieht mich nicht so viel, wenn die kommen. Ah. Lele. Nee. Nur weil ihr einen kleineren als ich habt. Ohne Scheiß. Wirklich. Okay. Ich komme nicht über die 90.000 rüber. Ich komme nicht über die 90.000 rüber. Aber die Wachmänner haben was voll dagegen. Wir haben da voll was dagegen, dass ich mir den Penis herzeige. Was ich echt nicht verstehe. So. Ich werde jetzt mal hier generell so ein bisschen den Weg so ein bisschen versperren. Damit die es nicht so einfach haben. Jetzt. Vier Frauen auf einmal. Jawoll. Das gibt ordentlich Punkte. Das gibt ordentlich Punkte. Und hier nochmal. Yes. Super gemacht. Okay. Dann halt zwei auf einmal. Aber ist auch nicht schlecht. So. Okay. Die laufen. Ah. Okay. Jetzt habe ich den vollen Balken hochgekriegt. Bitte. Schau ihn an. Ist er nicht hübsch? Ist er nicht schön? Schaut mal Mädel. Das ist ja nicht schön. Yes. Ich habe 100.000. Ich habe 100.000. Ich habe das Level geschafft. Yay. Ich habe das Level geschafft. Jo. So gut. Bitte schön. Die haben da noch ein bisschen. Au. Scheiße. Scheiße. Oh. Die verfolgt mich jetzt. Die will meinen Schwanz. Die will meinen Penis. Die will ihn. Man sieht es. Oh shit. Die ist ja gefährlicher. Die Tutsi ist ja viel gefährlicher als der Wachmann. Oh. Bitte schön. Hier noch ein bisschen. Jawoll. Komm. Ich knack jetzt hier voll den Highscore. Ich knack jetzt hier so einen richtig krassen Highscore. Werdet ihr sehen. So einen richtig krassen. Jawoll. Hier noch ein bisschen. Bitte schön Damen. Begutachtet einen richtig schönen Prachtpenis den ich noch nie gesehen habe. Ah. Scheiße. Okay. Gut. Wir haben aber 100.000 geschafft. Das heißt wir können jetzt ins letzte Level und zwar zum Museum. Schaut mal hier ab ins Museum. Da habe ich natürlich ein sehr... Das ist auch ein geiles Bild. Da habe ich natürlich ein sehr sehr einzigartiges Ausstellungsstück. Und zwar meinen Penis. Da ist es nämlich wunderbar. Ey guck mal. Das ist ein Spielmuseum oder wie das aussieht. Schaut mal. Das sind Konsolen. Ah. Das ist sicher die Xbox. Schaut mal. Da drüben ist das die alte Xbox. Da ist ein Gamecube. Das sieht man direkt. Hier eine Playstation 1. Die Playstation 2. Cool. Nice. Okay. Bitte schön. Schaut euch meinen Penis an. Ist das nicht schön? Die feiert das. Alter. Die feiert das. Man sieht das. Die feiert das richtig. Die feiert meinen Schwanz. Aber so ordentlich. Seht ihr das? Und das von so einem alten haarigen glasköpfigen Typen. Wie ekelhaft ist das eigentlich? Oh. Hier haben wir da außen auch noch einen schönen Garten. Okay. Für die Frauen sollte ich aber hier aufpassen. Ich sollte eher das den anderen Frauen zeigen. Diese Art von Frauen. Die stehen auf meinen Schwanz. Alter. Das hört sich so falsch an. Oh. Ja. Jetzt hat mich auch genau so einer erwischt. Scheiße. Scheiße. Okay. Bitte schön. Penis. Oh ja. Es ist ein Penis. Und ich werde mir jetzt ein Penislieder finden. Guck mal. Da kommt ihr gar nicht nach. Seht ihr das? Also hier ist es echt schön verwinkelt. Wie man sieht. Oh shit. Oh nein. Aha. Jetzt habe ich mir selber eine Falle gestellt. Scheiße. Okay. Ich sollte echt versuchen. Ihnen das zu zeigen. Den Blondinen und den Rothaligen. Weil die schwarzartigen da irgendwie. Die verfolgen mich die ganze Zeit. So. Hier. Die laufen wenigstens weg. Okay. So. Wunderbar. Bitte schön. Ich weiß gar nicht, ob die das irgendwie feiern oder Angst haben vor dem Schwanz. Ich weiß es auch nicht. Obwohl es so groß wie der ist. Wundert es mich nicht, dass die Angst haben. Das ist echt gigantisch. Man könnte echt sagen, es ist ein drittes Bein. Das ist schon krass. So. Bitteschön. Oh. Die Sounds sind doch geil. Das ist. Ja. Hm. Sexy Motherfucker. Den Sound könnte man hier einspielen. Ah ja. Da geizt sich richtig drauf auf, mein Typ hier. Da geizt sich richtig drauf auf. Ja. Freiwillig will ja keiner den Schwanz ansehen, den ich habe. Wie es aussieht. So. Machen wir hier nochmal zu. Wenn wir wollen. Da muss er ein bisschen umweglaufen. Oh shit. Bastard. Scheiße. Okay, warte mal. Wir gehen mal zurück ins Menü und gucken mal in den Optionen mal nach. Ob es denn hier noch andere Skins gibt, die man nehmen kann. Ja, die sind locked. Babysitter love him. Shrek. 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 Das ist der von Scary. Den finde ich geil. Schau mal. Little Ducky. Den finde ich echt geil. Aber es kommt davon, wie viele Punkte man da halt irgendwie freischaltet. Dann kann man halt eben noch andere Levels. Also andere Charaktere halt eben noch haben. Schauen wir mal, wie es bei dem aussieht, wie der so flasht. Gehen wir mal ins Office. Schauen wir mal, wie es bei dem so aussieht, wie der den Penis her zeigt. Nice. Okay, das ist eigentlich praktisch der gleiche. Nur halt ein anderer Skin. Ich finde das Sound so geil. Yeah. 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 Oh. Yeah. Alter, das ist echt sehr erotisch. Yeah. Oh ja. Okay, die Wachen sind hier richtig schlecht. Das ist gut für mich. Bitteschön, die Damen. Hier, nochmal bitteschön. Oh ne, Wachmeister, für Sie ist der Penis nicht gedacht. Nein. Nicht schwul. Ich bin nicht schwul. Finger weg von meinem Penis, der Wachmeister. Nein, Finger weg von meinem Penis. Oh, jetzt hat mir die Frau erwischt. Scheiße. Na gut. Leute, das war Intensive Exposure. Das ist ein sehr, sehr creepy Game. Wo man einfach seinen Penis Frauen zeigen muss und damit Punkte macht. Wow. Leute, macht das nicht in Wirklichkeit, ja. An den Kindern da draußen, macht das nicht in Wirklichkeit. Dafür klickt ihr Strafen. Das ist nicht schön. Und ja, wenn euch das gefallen hat, nicht vergessen. Lasst uns eurem Kinder. Wir sehen uns das nächste Mal. All right. Ciao.